Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, ihr seht schon, ich habe hier schon mal eine kleine News rausgesucht. Gary Gensler applied to serve as an Advisor for Binance in 2019. Also hat er kleine, naja, ich will jetzt nicht hier beleidigen werden, sich damals bei Binance beworben, hat den Job nicht bekommen und jetzt verklagt er einfach dadurch, dass er jetzt bei der SEC ist, Binance. Es ist einfach, man kann sich diese ganze Scheiße einfach nicht mehr ausdenken. Es ist einfach lustig, deswegen gleich die News vorneweg. Man kann diesen ganzen Markt einfach nicht mehr ernst nehmen, man kann den ganzen Typen nicht mehr ernst nehmen, man kann die ganze SEC nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß nicht, was ich einfach noch dazu sagen soll. Auf jeden Fall, Bitcoin, gehen wir mal rüber, 26.400 US-Dollar. Wir haben einen neuen Trade offen, den werden wir uns gleich nochmal angucken, wieso, weshalb, warum wir dort reingegangen sind, wann wir da gestern noch rein sind und wie jetzt erst einmal der weitere Plan ist für diesen Trade. Ich muss schon dazu sagen, ich überlege das Ding schon wieder teilweise zu schließen, aber wie gesagt, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, ihr kennt, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Kommt da gerne rein, wenn ihr Bock habt auf News, Trades, so wie gestern. Gestern gab es ein bisschen Tohu, war Bohu, muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Plan war eigentlich gestern, dass wir hier hochgehen, aber da werde ich jetzt auch nochmal was dazu sagen. Markt hat sich umentschieden, ist dann doch eher runter. Schauen wir uns an und weil ich es gerade hier sehe, New Eternal Live, wer das Video gesehen hat, es gibt jetzt auch eine Debit-Card, also soll es jetzt dann geben, beziehungsweise wird die jetzt bald versendet, habe ich mir auch erstmal jetzt geholt, werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal für euch testen und ja, da gibt es dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall mehr dazu. Gut, jetzt aber rein in die Analyse, Bitcoin 26.419 US-Dollar. Wir sehen, wir sind perfekt, also wirklich perfekt ins Golden Pocket hier reingekommen, beziehungsweise ans 0618er, haben uns die Liquidität geholt und sind jetzt erstmal hier in so einer kleinen Konsolidierungsphase angelangt. Deswegen auch gestern der Trade-Einstieg noch, zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz, dass ich hier rein bin, endlich angekommen, teile die Posi bei mir auf, das heißt, ich bin mit 50% der normalen Positionsgröße hier drinnen. Der zweite Teil wird dann erst bei 25.870 US-Dollar fällig, aber erst einmal schön im Profit, bin aber wie gesagt, habe jetzt gerade schon dazu geschrieben, Stop-Loss erst einmal Entry, weil ich jetzt nicht weiß, wie sich jetzt der Markt in den nächsten Stunden entscheidet. Wir haben kein höheres Hoch bekommen, als es wäre zumindest mal schon mal der erste Step, wenn wir hier die 26.512 rausnehmen und wir haben hier noch einen WIG bei ungefähr 26.686. Deswegen habe ich dann auch gestern, weil jemand gesagt hat, jawohl, erster Take-Profit, habe ich da erst zuerst vergessen, deswegen mache ich meinen ersten Take-Profit hier bei 26.600 US-Dollar. Dort auf jeden Fall Take-Profit 1 nehmen, Stop-Loss trotzdem jetzt erstmal auf Entry setzen, mir ist das Ganze momentan ein bisschen zu heikel, wie das so abläuft. Ansonsten wäre das Risky ungefähr bei 1,46% gewesen, wenn ihr hier im Endeffekt noch den zweiten Teil der Position aufgemacht hättet. Ja, auf jeden Fall kam jetzt erstmal so ein bisschen die erste Gegenreaktion. Im 1-Stunden-Timeframe haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben mit den Arrows-Eye. Wir sind jetzt gerade hier im mittleren Bereich. Volumentechnisch sollte jetzt aber wirklich mal noch ein bisschen mehr Fahrt aufkommen. Also sollten wir jetzt hier oben wieder rejected werden, das heißt hier oben dieser kleine Order-Block, den wir hier haben, bei ungefähr 26.800 US-Dollar, gehe ich erstmal davon aus, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen und sogar hier unten nochmal diesen Order-Block eben testen bei den 25.680 US-Dollarn. Verlockend, weil dort eben der Pump begonnen hat. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest ein paar Orders hier liegen, aber der größte Teil eben hier erst weiter oben reingegangen ist. Aber ansonsten hat sich wenig geändert. Nochmal zum Trade von gestern, den ich eigentlich geplant hätte. Eigentlich war der Plan, okay, wir versuchen hier im Laufe des Tages einen Doppeltop zu bilden, dann wäre das hier der perfekte Short. Ihr seht schon hier das Risk dazu. Und dann nach unten ins Golden Pocket und von hier aus eben die Erholung. Das war so der Hauptplan. Bitcoin hat sich umentschieden. Wir sind direkt einfach nach unten hin gerasselt, beziehungsweise im Laufe des Tages nach unten hin gerasselt und haben uns das Golden Pocket geholt. Also es wird jetzt ganz wichtig sein, wie die nächsten Stunden sich jetzt verhalten. Kriegen wir die 26.600er Marke ohne Probleme durch. Dann sieht es positiv aus. Trotzdem würde ich erstmal sagen, wir nehmen den ersten Take Profit da und dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Von den News-Sachen her, momentan steht jetzt erstmal nichts mehr an. Heute Donnerstag, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe. Kennt ihr ja im Endeffekt das Übliche. Ansonsten ruhige Woche. Von der SEC dürfte jetzt auch nicht mehr viel kommen. 40 Coins wurden bei Binance delistet, zumindest Binance US. Man darf das nicht immer komplett auf Binance schieben. Es ist Binance US. Also uns betrifft es, oder generell in Deutschland darf man ja sowieso nicht mehr traden auf Binance. Aber uns jetzt als Normalbürger in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo die meisten hier eben zuschauen, betrifft das eher weniger. Schauen wir mal, was da rauskommt. Coinbase wurde ja auch verklagt, aber ich bilde mir immer noch ein, Coinbase hat auch SEC verklagt. Gensler kann man nicht ernst nehmen, sorry. Aber warten wir jetzt erstmal mal ein bisschen ab. So, was ich mir nochmal gerne machen würde, wir ziehen nochmal ganz kurz das FIP jetzt eben, genau in gegengesetzte Richtung. Schauen wir mal, wo hier so ein bisschen die Überschneidungspunkte sind. 0,5er, eben genau hier fast bei dem Orderblock. Und das Golden Pocket hier oben bei den 26.900 US-Dollar. Da, wo wir schon mal die ersten Schwierigkeiten auch beim ersten Pump hatten. Also das sind so die Zielzonen für den heutigen Tag. Wenn es positiv ausläuft, halte ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Talk und Signalgruppe auf den laufenden. Ansonsten Stop-Loss-Entry, damit wir jetzt erstmal kein Risiko mehr eingehen. Entry war übrigens hier bei 26.150 oder 155. Die 5 Dollar machen es sich aus. Aber nur, damit ihr so einen kleinen Richtwert habt erst einmal. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Im Endeffekt das gleiche Spiel. Auch hier war erst einmal der Plan, okay, kleines Doppeltop holen, um hier einfach die Liquidität rüber zu fischen. Wir sind runtergegangen. Auch hier perfekter Hit ins Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung mit dem WIG hier unten mitgenommen. Und was mir hier besonders gut gefällt, wir haben sogar die Ineffizienz bzw. die Imbalance hier in diesem Bereich gefüllt. Also sehr, sehr gut. Bei uns gesehen, volumentechnisch Müll, also auch hier noch kein höheres Hoch. Hier wird es auch erstmal wichtig sein, dass wir zumindest mal diesen kleinen Orderblock hier oben bei den 1.848 bis 1.852 durchbrechen. Durchbrechen wir diesen, wäre eine Bestätigung schön, um dann, sage ich mal, die Rally bzw. was heißt Rally, zumindest mal den Pump in Richtung High hier oben bei den 1.900 US-Dollar mitzunehmen. Ich habe mich bewusst hier jetzt erstmal gegen eine Position entschieden. Wir wissen nicht, was mit den Altcoins noch ein bisschen passiert. Generell Altcoins werdet ihr jetzt momentan, deswegen kommen auch keine Altcoin-Videos momentan. Mir ist das alles ein bisschen zu heikel, euch hier irgendwelche Prognosen zu machen. Am Ende delistet wieder irgendwas oder wieder wird irgendwas als Wertpapier oder sowas gekennzeichnet. Da will ich euch einfach nirgendwo reinreiten. Ich will euch nirgendwo jetzt irgendwelche Spot-Nachkaufzonen. Die meisten sind sowieso erreicht worden bzw. sind wir immer noch ein bisschen weit weg von unseren ersten Spot-Einstiegen von vor einem halben, dreiviertel Jahr. Also deswegen mache ich erstmal noch ein bisschen Pause. Nächste Woche können wir die ganze Sache vielleicht neu beurteilen nach dem Fett-Zinsentscheid. Schauen wir uns mal an, was da dann weitergeht. Aber momentan bin ich erstmal so ein bisschen Abstellgleis, was Altcoins angelegt. Ethereum, okay, können wir immer noch eher ein bisschen Trades machen. Aber gestern jetzt zwei Trades zu machen, war mir dann doch ein bisschen zu blöd. Lieber auf Bitcoin jetzt erstmal fokussieren. Ist momentan wichtiger und ich sehe die ganze Sache sowieso ein bisschen positiver. Wenn alle Altcoins Wertpapiere sind und Bitcoin eben nicht, kann das längerfristig. Ich rede hier von längerfristig, nicht von kurzfristig, positiv für Bitcoin sein. Und wenn wir uns so ein bisschen so die Kurse angucken, hat Bitcoin jetzt auch die letzten Tage jetzt nicht wirklich so viel verloren wie viele Altcoins im Markt. Ja, das ist jetzt auch erstmal, wie gesagt, ein bisschen so der Plan zu Ethereum. Warten wir erstmal ab, vielleicht, dass wir bei Retest hier nochmal reingehen. Aber das müssen wir uns dann ganz genau beobachten, wie Bitcoin dann auch steht. Ansonsten gibt es es reichlich wenig. Wollt euch nur mitteilen, ach ja, Gold habe ich ja nochmal dazu gesagt. Gold Position läuft weiterhin, zumindest der erste Teil der Position, aber ansonsten tut sich auch hier nicht. Deswegen brauchen wir jetzt hier erstmal nicht drauf eingehen. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Nochmal ganz kurz rüber zu den News. Bitcoin-Adressen steigen trotz US-Krieg gegen Krypto weiter. Finde ich eine gute Überschrift. Trotz US-Krieg oder auch Handelskrieg, wie man es nennen möchte. Weil genau die Sachen, die als Wertpapiere eingestuft werden sollten, bei der SEC sind ja in Hongkong und überall erlaubt. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in den Tag, einen erfolgreichen Start in den Tag, wenn es irgendwas gibt. Wie gesagt, werde ich euch in der Telegram-Talk und Signalgruppe auf den Laufenden halten. Und ansonsten war es das von mir. Wir hören uns dann später, ne, heute nicht mehr, aber morgen früh dann wieder zu einem Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.